Die Bundesregierung hat heute ihre nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Das ist ja das erste Mal und die Bundesregierung hat hier versucht, ein Maß an Geschlossenheit zu demonstrieren, was angesichts der Lage, wenn man sich andere Politikfelder anschaut, ja nachvollziehbar ist. Wenn man aber mal hinter die Fassade sieht, dann stellt man als erstes fest, diese nationale Sicherheitsstrategie kommt sehr, sehr verspätet. Sie sollte lange im Kabinett sein und sie ist vor allen Dingen, wenn ich das richtig gelesen habe, ja nur ein Anfang. Also es ist mehrfach davon gesprochen, dass es sich keinesfalls um einen Schlusspunkt, sondern nur um einen Anfang handelt. Deshalb bin ich auch einigermaßen enttäuscht von dem, was da drin steht. Es ist vielfach von großer Einigkeit die Rede. Es ist aber real so, dass Außenministerinnen und Kanzler sehr unterschiedliche Positionen in zentralen Fragen haben. Das wird insbesondere dann deutlich, wenn man liest in dieser Sicherheitsstrategie, dass es eine wertebasierte und eine interessengeleitete Außenpolitik gibt. Das ist aus meiner Sicht sehr wohl immer ein Widerspruch. Wie der aufzulösen ist, davon liest sich hier wenig. Sehr, sehr viel ideologische Dinge, sehr, sehr viel allgemeine Sätze. Enttäuschend ist, dass das, was zu einem der zentralen Akteure, nämlich China, an dieser Sicherheitsstrategie steht, dass das nahezu nichts ist. Das ist das, was auf europäischer Ebene lange festgeschrieben ist. Und die Herausforderungen, die es insbesondere mit China gibt, sind hier nur sehr unzulänglich behandelt. Das ist meines Erachtens wirklich eher ein Risiko, was dort aufgeschrieben ist, als dass es wirklich uns nach vorne führt. Ganz zentral ist, dass in dieser Sicherheitsstrategie das 2-Prozent-Ziel, was ja in der NATO festgehalten war, hier festgeschrieben wird. Ich finde, das ist nicht eine Steigerung von Sicherheit, sondern es ist eher das Gegenteil. Die Herausforderungen in der aktuellen Welt sind vielfacher Natur und dazu ist ganz wenig gesagt. Ob das das Thema Flucht, das Thema Cyber oder auch der Klimawandel sind, jeweils nur angerissen. Auch da, wenn ich dort lese, wir werden eine Klima-Außenpolitik-Strategie erarbeiten. Das sind Ankündigungen, die ehrlich gesagt mit diesem hochtrabenden Titel nicht in Verbindung zu bringen sind. Es wird hier vor allen Dingen auf Aufrüstung gesetzt und ich glaube, das ist der völlig falsche Weg. Wir als Linke lehnen eine Strategie der Aufrüstung ab. Wir wollen nicht, dass immer mehr Milliarden in Aufrüstung fließen, sondern wir wollen, dass die Herausforderungen in dieser Welt, sei es die schreitende soziale Ungerechtigkeit, der Klimawandel oder die Pandemien, dass diese bewältigt werden. Und da ist genau das, was hier festgeschrieben ist, der falsche Weg. Insgesamt ist das eine nationale Sicherheitsstrategie, die den Namen nicht verdient. Und dafür ist sie zu allgemein, zu ideologisch und wenig konkret, was die Herausforderungen der aktuellen Welt betrifft.